Dein Anblick gibt den Engeln Stärke, da keiner dich ergründen mag. Und alle deine hohen Werke sind herrlich, wie am ersten Tag. Wer war der Faust? Wer wird er sein? Was fängt man mit ihm an? Das grausame Los einer wortlosen Dichtung. Ich verstehe das nicht. In diesem Moment treibt die Menschheit steuerlos auf einem Floß dahinten. Und der Herr sagt, haltet euch nicht an dem Floß fest, haltet euch an mich. Das ist das Prinzip. Ich verstehe das nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017